Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hören Sie an! Ruhigen Sie sich! Wenn es nötig ist, können die jeden verschwinden lassen. Einschließlich dir und mir. Machen Sie das mit mir aus. Ich habe getan, was jeder Vater getan hätte. Tu dem Kind nichts! Sie sind es also, für den das Leben anderer Menschen überhaupt nicht zählt. Wie viel ist dein Leben wert? Sie ist alles, was ich noch habe. Dessen Leben ist wichtiger. Wer kann das schon wissen? Nein! ARD Text im Auftrag von Funk